Hey Leute, willkommen zurück bei Payday, diesmal mit nem neuen Hice, den wir total verkacken. Höchstwahrscheinlich. Und mit der Kuh, und gehen wir gleich voll rein. So, ich stehe diesmal auf dem Schwierigkeiten, das ist grad schwer. So, dann ist es vor drunter. So, schnell ein Umgucken, das ist C4. Das brauchen wir nämlich. Was ist hier hinten? Warum hat er hinten schon eine Mediapack gebrobt? Weiß sie. Was seid ihr? Ich hab keine Ahnung, wo wir hier auf der Map hin müssen. Folgen für uns, folgen für uns. Äh, da seid ihr. Rechts. Ich muss hier das C4 planen. Ja, ich bin hier grad Leute am Ausschalten. So, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob bei Schwer nur Taser sind, oder ob da auch die anderen Dicken dabei sind. Ich hab die Mission schon ein paar Mal gemacht, ich weiß, was ich da machen muss. Ich hab grad noch kein anderes, muss ich mir mit Level freischalten. Schild. Drei Schilde, Granate. Wo wir am besten hundertmal springen können. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ich glaub, das dauert zu lang. Dauert echt zu lang. Wir brauchen irgendwie was, was uns von der Decke her blockiert. Boah, ich schieß voll daneben. Danke. Vorne irgendwie einen kleineren Raum, wo wir nicht ganz nach oben durch springen. 30 Sekunden, hundertmal springen war das, ne? Äh, ja genau. Nein. Geht so nicht, wenn du voll springst. Ah. So, gleich können wir die Kraketen abfeuern. Schild. Komm nicht rum. Komm, mach. Jetzt. Aha. So, die muss genau jetzt einer beitreten. Fuck, ich hab keine Muni mehr. Ich geh die EMP aktivieren. Ich bin ja nur noch am Schießen. Ich hab gleich gar keine Muni mehr. Achso, ich hab ja selber ein Munitionspaket dabei. Ja, du kannst ja immer wieder Munition geben. Äh, wo ist denn am Schlauesten, wo ich's hinleg? Am besten bei allen in der Nähe. So, ich bin grad die ganze Zeit im Überlegen, wo wir das am besten machen können. Ich glaube, du springst zu hoch. Ja, wahrscheinlich. Ja, das geht hier überall nicht. Aber du könntest schon recht haben, mit der, gegen die Decke springen. Voll gut. Oh. Ah. Ich hab' mir gedacht, so ein Fenster. So ein GG gleich hoch. Fünf, sechs, sieben, acht, nein, sieben, elf, zwölf, dörzen. Äh, so ein siebzehn. Nein, das ist nicht. Nein, das ist nicht. Nein, das ist nicht. Boah, fuck. Ich werd von überall angeschossen. Hälfte, ich helfte. Fuck. Scheiße, was geht hier ab? Wo seid ihr überhaupt? Ich bin ja überall noch. Nein, wir müssen die Identität des Wissenschaftlers bestätigen. Fuck. Ich lenke mich ab und du schießt ihn ab. Oder andersrum. So, wir brauchen beide Heal, also komm. Wo zur Hölle hast du das jetzt gemacht? Hier, oder was? Hier im Fenster. Ja, aber ich bin auch nicht zu 100 gekommen. Da wäre auch ne Idee. Da kommt man, glaube ich, nicht hoch. Du kommst hier, wo. Geht. Kannst du da schnell springen? Oh, fuck. Da draußen ist wieder alles voll. Eigentlich nicht, ne. Wo sind die anderen? Nee, das geht nie im Leben. Ich weiß auch nicht, wie man das nen Punkt trägt. Werter kriegt man nachher nen Perk, wo man schneller springen kann. Nee. Bringt pro Sekunde ungefähr zweimal. Also, das ist... Oh. Da brauchst du irgendwas, um es zu schaffen. Ah, beim anderen, bei First Bank. Ich hab grad gesehen, wenn du Treppen auf hoch springst, dann geht schnell da oben. Deiner runter. Scheiße. Oh, komm zu mir, komm zu mir. Komm zu mir. Ganz über mir. Ganz über mir. Phaser. Oh, der stand neben mir. Oh, der stand neben mir. Okay. Kilt. Wo könnten wir das machen? Kilt. 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 Verliebung. Ding. Ding Dong Ding. Litter vor der Tür. Warum will ich da runter gehen? Achso, weil ich keine Muni hab. Deswegen wollte ich nicht da. Okay, ich hab keine Ahnung, wie wir das machen. Äh, Treppen auf! Wir brauchen ein großes Treppenhaus, wo es aufwärts geht. Wir können das. Äh, das ist kein Glaube. Ich schau mir einfach später gleich mal was an. Vielleicht find ich da irgendwas. Ja, Headset Asch, ich weiß, du bist leer. Wo werde ich angeschossen? Heckt er sich einfach hinter mich. Hinter mich. Also bisher läuft die Mission noch ganz gut. Bisher ja. Ja, ich versuche immer noch einen Punkt, wo wir das machen können. Treppen aufwärts. Der ist noch nicht aufgefallen. Geh mal hier... Ja, aber... Wenn du Treppen aufspringst, dann geht das viel schneller. Aber das Treppenhaus hier ist zu klein. Erkst du das? Äh... Nee... Ich schau einfach gleich mal, wie das am einfachsten geht. Ja, bei der First World Bank war auch das große Treppenhaus. Ich glaube, er ist super gegangen. Eventuell, ja. Was macht der? Der schleppt Leichen um ihn zum Schiff. Ich gehe mal deinen Hauptserver suchen. Ja, tun wir das. Wo ist denn der Raum? Hä? Hä? Blöd? Hast du es gelesen oder geschrieben hat? Ja, ja. War hier gerade... Oh fuck, ich wird getasert. Wann? Wann ich's machen? Wann ich's machen? KZ. Ich weiß es nicht, da war niemand. Wir hatten... Ja fuck doch, guckt man gar nicht. Ich kann aber auch noch mal weg. Ich kann sie nicht weg, oder ich kann sie wieder weg. Ich kann sie nicht weg und weg. Ich versuche, ich werde mir unterhalten, wenn ich nicht wegschaufe. Ich weiß immer noch nicht, wo dieser Aktenkoffer ist. Das ist immer das, was ich nicht finde. Welche Aktenkoffer? Hier gibt es einen Aktenkoffer. Da war er gerade. Nein, ein Koffer. Was ist falsch? Ich glaube, es war auch ein Koffer. Aber hier ist nichts von wegen dem Aktenkoffer. Wir haben die Mission, finde den Aktenkoffer. Und das ist genau bei diesem Stuhl. Aber wo dieses Aktenkoffer ist, weiß ich nicht. Ach so. Oh fuck. Hör mal auf, getasert zu werden und komm rüber. So, hab dich. So. So. Irgendwann muss das die Aktenkoffer sein jetzt. Wir haben Serverraum. Serverraum, liebe. Den Hauptserver haben wir schon. So. Wo ist denn dieser Aktenkoffer? Ich glaube, dass es findet, den Aktenkoffer ist eher ein bisschen allgemeiner. Nein, das ist auf diesen Raum hier bezogen. Danny hat den nämlich auch hier dringend gefunden. Danny hat den damals am- Oh fuck. Aber wo, weiß ich nicht. Waffe wechseln, Waffe wechseln, Waffe wechseln. Ich höre den Server. Okay. Okay, man hat einen Aktenkoffer gefunden. So, wir müssen raus hier. In dem falschen Serverraum. Oh, Entschuldigung. Die Hölle komm ich hier raus? Das fragt sich jeder. Die Hölle bin ich? Du bist wieder beim Serverraum. Ah, der läuft mit was. Niemand hat eine Ahnung, wo es hingeht, aber alle versuchen... Ach, das war hier hinter der Wand versteckt. Das ist der Aktenkoffer. Hä? Der Aktenkoffer oder was? Ja, ja. Weil jetzt so ein Wandding nach vorne geschoben ist. Oh, Scheiße. Ich hab den nicht gesehen. Die Wand sah ganz normal aus. Hattet's doch auf mir. Oh, wie viele Sniper das denn? Was denn die Mauer? Gut, dass alle auf dich ziehen. Ich hab für meine Hauptwaffen keine Munition mehr. Bringen wir den mal wieder hier zum Aufstehen. Oh, fuck. Ich hab voll reingeschaut. Oh, jetzt werd ich getasert von... Ich bin weg. Ach, verhaftet werden ist schon ne schöne Sache. Ich hab das Gefühl, da heißt, da wird jetzt etwas... Ich hab das Gefühl, ich bin schon wieder auf der falschen Seite. Schon mal passiert. Ich hab mich um die Ecke getasert. Das ist mir auch voll oft passiert. Okay, sagst du schon Imbar. Okay, irgendjemand ist schon beim Server. Ja, er. Ach, der ist schon bei Flucht? Der ist im Prinzip schon beim Abhauen. Ja, ja, ist er schon. Wir haben es geschafft. Ach so, aber jetzt ohne nicht das ganze... Richtig. 330.000 Euro. Richtig viel Erfahrung. Bin ins Level 48. Goldene Mitte. Oh, mach ich mit. Oh, rechts und links wär ein Waffenmaut gewesen. Warum mach ich bei deiner Scheiße mit? Ah super, ich hatte drei Waffenmauts. Oh, hauptsache du kriegst uns nen Scheiß, genauso wie ich. Ja. Nur Müll bekommen. Hauptsache ich wurde grad total zerkratzt. Ja gut, du bist mit der LLL24. Nach drei äh äh... Spielen. Nach drei heißt's. Definitiv. Okay. Na komm, machen wir jetzt ne Sonderfolge draus. Einen heißt geht noch mit rein. Ah, lass michs lieber. Ah ne, komm. Aber wenn ich n... Wenn ich n kurzen knappen finde. Dann dann ja. Jubilier kurz knapp. Hey, ich blute. Also. Jubilier ist kurz und knapp. Den könnten wir noch mal mit reinbringen. Blute, das ist doch die passende Gelegenheit noch. Auf jeden Fall. Die Katze ist nicht... Die Katze ist so früh am... So ganz tief. Außer du sagst schnell... Fahrt's nen kurzer Schnitt und dann geht's weiter. Ansonsten... Go. Go, go, go wie ein Stroko. Wir sind sowas von unsichtbar. Mhm. Wir haben inzwischen auch schon die fette Rüstung. Aber nicht die, die ich hab. Wahrscheinlich nicht. Aber so ne fette Rüstung trotzdem. Ey dude, fang mal an. Unknown. Was ist mit dem Typ verkehrt? Aber ich kick den gleich. Weil ich kick den da. Hat er gehört? Ja, hat er gehört? Hat er gehört? Hat er gehört? Ja. Da wir atmen sind. So. So. Okay. Time for a smash and grab. Ach du hast gleich die Maske auf. Die Dinger ausräumen. Achso. Wollen wir mit? Äh, erstmal auf dem Rücken behalten. Wollen wir mit? Äh, erstmal auf dem Rücken behalten. So. 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 Ich würde sagen, wir warten jetzt einfach. Ich würde sagen, wir warten jetzt einfach. Ich würde sagen, er hat seinen Ding fallen lassen. Also ich mag ihn. Wann ist denn unsere Fluchtmöglichkeit jetzt nicht mal da? Aber ich sehe ganz viele Helme fliegen. Drei Schuss wieder. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Ich bin am Weg. Ich bin am Weg. Ich bin am Weg. Keine Sorge. was auf der stehen drei leute und das war jetzt ich helfe euch beiden auf weil ihr sonstiges besseres zu tun ich habe ich habe nichts nichts gar nicht kannst du mir immer kurz den weg von machen wie du hast gar nichts ich habe null null nix nada niente wenn du kurz rein sammeln oder setz eins ja war ich gerade dabei jetzt wollte ich vergessen das machen erst mal das hier ah unsere flugmöglichkeit ist da ich habe aber noch eine granate ich schmeiß sie da raus doch möglichkeit ach du scheiße war nicht in den hinterhof wo ist meine tasche eigentlich immer noch auf dem rücken wo müssen wir jetzt eigentlich hin wegen flucht einfach durchziehen seine tasche holen wir schon wieder auf dem boden geworfen hat ich bin immer noch von steuerung oder ja es reicht ja wenn ich ihn draufstehe hoffe ich doch jetzt geht es wir müssen doch schnell gekommen ist es so entkommen und dann haben wir das ist noch ein paar oder so ein kleiner halt weil jetzt kaffee aber wir haben vier taschen das heißt scheiße dass jetzt keine vierte person haben hätten wir so eine vierte person dann wäre es besser ok aber wir können es schaffen folge schon eine halbe stunde lang das ist eigentlich normalerweise ganz easy wir müssen jetzt noch ein paar minuten warten bis die der hubschrauber da ist dann müssen wir die pakete zum hubschrauber bringen und dann noch da noch die fluchtding reinstellen dann sind wir durch dann noch warten bis der unknow auf ready drückt genau muss halt rausschneiden mal schauen vielleicht lass ich es auch einfach drin ey du Nudel mach mal los nudel I don´t know Was, der Idiot Warum bin ich nicht mehr bereit? Oh Gott, ey Er wusste einfach Er weiß, statt dass er das da oben mal ließ Okay, pack dir eine Tasche Komm mit, komm mit, komm mit Ja ja, ganz ruhig So, ich habe eine Tasche gepackt Wenn mich nicht alles täuscht, ist der Ach, das ist Wolfi Ich bin gerade dem Bot hinterher gelaufen Da hinten, wo die andere gelben Wanderte Tasche liegt Was, das sind alle? Weg? Ja Also, das letzte Mal war da der Äh, Bus Es ist möglich, dass der Bus jetzt, äh Jetzt woanders steht dann Hey Raus Komm her Bist du? Ich nehme dir, da Komm Jimmy Der Blinkzeit Der Blinkzeit Weißt, äh, ohne Scheiße, wenn du um den Deagle Schalke dämpft schießt Da kommen irgendwie so Hitman-Feelings, äh, wieder hoch Da kommen irgendwie so Hitman-Feelings, äh, wieder hoch Das sind wir dann ja Sicher die Beute Wo ist das Flugzeug Ok, das ist weiter weg Ja ja 1 Wolf geben Und los Das ist richtig Ich komme Die Los, 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 los! Volk, komm doch mal rein jetzt! Nee, will er nicht. Okay, er stand gar nicht hier drüben. Hoffentlich hat er dann alle Beutsch-Eyzerk gehört. 30.000 aufs Konto, nochmal 10.000 Erfahrungspunkte. Gefällt mir. Back, Goldene bitte. Hey, Erfahrungsbonus. War nicht schlecht. Ich habe eine Waffen-Mod bekommen. So, keine Ahnung welche, aber okay. Munitionsmenge. Ist auch dabei. Echt? Genau. Schau mal schnell. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr noch mehr so einen Schwachsinn sehen wollt, abonniert mich. Kommentiert lustig drauf, los! Und macht, was ihr wollt. Schaut mal ein gutes Gesicht an, was wir uns ehrlich erfarmt haben. Genau. Und tschüss. Haut rein. So long, euer Sergeant Chaos.